Hm, wer bist denn du? Ha! Ich bin der Seegurke! Die Seegurke ist ein fantastisches Tier Sie hat nen super Taktiktrick Steht mal ein Feind vor der Tür Denn immer wenn es richtig eng wird Und auch sonst nichts mehr geht Dann kommt ein Ablenkungsmanöver Weil dem Stehenfeind vergeht Um die Schicht zu vernebeln Und um sich zu verziehen Kann die super tolle Seegurke Die letzte Tarte ziehen Dann macht die Seegurke Was nur die Seegurke kann Sie kotzt die Eingeweide raus Und brüllt Fick dich, Mann! Seegurke! Kotzt dich ihre eigenen Eingeweide aus Eingeweide! Eine, 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 eine Seegurke! Sekurkurs! Kotzt dich ihre eigenen Eingeweide raus Eingeweide! Eine, 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 eine Seegurken sowas von scheißegal Ich find die Viecher ziemlich hässlich Und die können mich mal Doch wenn ich seh... Vielen Dank.